Haben Sie auch ein Überbein bzw. Ganglion? Sieht es nur schlecht aus oder tut das Überbein auch weh? Vielleicht sind die Schmerzen so stark, dass Sie über eine Operation nachdenken? Oder haben sogar einen Apotermin bereits vereinbart? Wenn ja, sind Sie hier genau richtig. Denn folgende Kommentare der Anwender von Sivaschheilerde bei Überbein würden Sie bestimmt auch interessieren. Diese Rezension hat uns ein Kunde bei Amazon geschrieben. Ich lese nicht alles, sondern nur das, was das Überbein betrifft. Weil ich bei einer Behandlung der Knie noch etwas Heilerde übrig hatte, habe ich gleich noch mein Überbein auf dem Fußrücken behandelt. Hier hat mir ein Arzt schon zur Operation geraten. Hierzu konnte ich mich jedoch nicht entschließen. Seit ich mein Überbein mit der Heilerde behandle, ist die Schwellung um den Knochen mehr als deutlich zurückgegangen und ich kann meinen Zeh wieder deutlich besser durchbiegen. Die Schmerzen sind weg und die Schuhe drücken nicht mehr so. Der nächste Kommentar wurde auch bei Amazon abgegeben. Ich habe diese Erde geheult, weil ich dieses Überbein auf dem Fußrücken habe. Es war vorher wie ein Knochen anzufassen, aber durch die Heilerde fühlt es sich jetzt wie eine weiche Masse an. Ich habe irgendwo gelesen, dass dieses Überbein ganz weg geht durch die Erde. Ich nehme die Heilerde nun fast jeden Abend seit einem Monat, aber ich kann nicht merken, dass das Überbein kleiner wird. Aber wenn ich die Behandlung mal einen Tag auslasse, dann habe ich wieder Schmerzen dort. Auch diese interessante Rezension hat uns ein unbekannter Kunde bei Amazon geschrieben. Ich hatte ein Ganglion am Handgelenk und hatte mich nur aufgrund des Preises für diese Methode entschieden. Nach dem Motto, wenn es nicht hilft, hast du ja nichts falsch gemacht. Ich habe mit der Behandlung am 12. Januar angefangen und mich zunächst für zwei Tage für die heiß gemachte Heilerde, dann aber für die kühle Variante entschieden. Die kühle Variante hatte sofort eine ziehende Wirkung. Heute am 14. März ist das Ganglion verschwunden. Ich konnte mir dies anfangs wirklich nicht vorstellen, dass es so funktionieren würde. Ich bin jetzt natürlich begeistert und kann diese Heilerde mit bestem Gewissen empfehlen. Und? Neugierig geworden? Wollen Sie mehr über unsere einzigartige Sivas-Heilerde erfahren und wie diese bei Überbein angewendet wird? Dann melden Sie sich hier neben dem Video in dem Verteiler an. Wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Wenn Sie mögen, bekommen Sie danach auch weitere Informationen über unsere Heilerde, deren Herkunft und zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten. Wenn nicht, können Sie jede Zeit sich aus dem Verteiler nur mit einem Mausklick wieder abmelden. Bis bald! Noch eine ganz wichtige Information zum Schluss. Wenn Sie die Anmeldung jetzt machen, bekommen Sie zuerst eine Bestätigungs-E-Mail von uns mit einem Link, den Sie unbedingt anklicken müssen. Erst dann sind Sie wirklich in dem Verteiler drin.